Zum ersten Mal treffe ich eine Frau, die lieber ausgezogen als angezogen werden will. Denn ich bin für der Herr der Herren und Darnmode, der Meister aller Vorländen. Ach, 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 ein Ball, ein Ball. Ach, 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 ist das ein Ball? Ach, 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 ach. Mein Morgenmantel übersteigt den Wert deines Jahreseinkommens. Ja und? Ich lebe ja auch in einer anderen Wirklichkeit. Ich brauch diesen Mantel, um hier zu sein, um bleiben zu können, um zu existieren. Und ich meine, wir mischen doch was ein, was darstellen, was wir auch sind. Und ich will mehr, ich will immer mehr, sonst wäre ich nichts. Heilige Warte, Maurice. Nackt. Ich will Nacktheit. Weg ist sie. Mein Beileid. Das ist ne Schlappe. Ich begreife nicht, ich begreife nicht, ich begreife nicht. Was begreifen Sie nicht, Graf? Ich begreife nicht. Denken Sie nur am Baron, das ist doch auch zu sonderbar. Ich flirte mit ihr und geb ihr zu verstehen, dass ich dies und jenes an Garderobe spendieren würde. Und sie, sie will Nacktheit haben. Nacktheit? Nacktheit. Too cool. Verzeihung, Graf. Wollen Sie damit sagen, dass sie statt Penoir, Händchen, Desabillés, Dessous, irgendwelche Lenden, Schenkel, Fußfesseln, Schlüsselbeine, weiter nichts? Nichts. Körper und weiter nichts. Oh, da ist ein Rauschen in der Natur.